Welches Wappen gehört zum Bundesland Brandenburg? Nummer 1 Welches ist ein Landkreis in Brandenburg? Blicknitz Für wie viele Jahre wird der Landtag in Brandenburg gewählt? Fünf Ab welchem Alter darf man in Brandenburg bei Kommunalwahlen wählen? Sechzehn Welche Farben hat die Landesflagge von Brandenburg? Rot, weiß Wo können Sie sich in Brandenburg über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung Die Landeshauptstadt von Brandenburg heißt? Potsdam Welches Bundesland ist Brandenburg? Vier Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin in Brandenburg? Ministerpräsident, Ministerpräsidentin Welchen Minister, welche Ministerin hat Brandenburg nicht? Außenminister, Außenministerin Heim Wie nennt man den Regierungschef, die Mönchengel ? Ne? Untertitelung. BR 2018